Moin Leute was geht? Willkommen zur dritten Folge der Wahrung mit Felix Selma Hallo Joi, loil Guten Hey, es hat durchgebraten, ne? Ich jetzt? Naja, ich hab 10 Gold jetzt Okay, hier ist er wahrscheinlich in unserem Sch... Lukas, Lukas, Lukas ist in unserem Schank, glaub ich Ey, guck dir deinen Overlay an Er wird da sein, er wird da sein Das ist echt hier Ey, Wala, ich will nicht sterben, Wala Ey, Wala, ich will fetzen Ich will aber nicht sterben, du trägst mich nicht Ja, dann lass mich vor Ja, ich hab's, feier, feier, feier Mein Gott, Digga, ich dachte bei dir ist fair Sorry, 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 sorry Ey, wir haben zu viel Glück in diesem Projekt gerade, Felix Dann gib mir das Feuer oder die Chessplay Ah, ah, ja, kriegst du Chessplay, ja Ich mach halt deine Feuer, hier Geil Guter Deal Ist mir so scheißegal, ich will meine Feuer haben Du gehst mir nicht auf und sag, das ist mein Feuer Dias, haha Mach ich Prottbux oder Sharpwood Prott, erstmal Prott, erstmal Prott Äh, ja, 6er, soll ich Er wurde gekickt 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 Ey, das war aber für real sein Overlay, ne Das war aber sein Overlay, safe Ich hab'n Gap und den Blutkopf Dann gehen wir den Gap Bruder, ich hab'n Schlechtrahmen und gibt'n Gap Ja Junge, bin wieder umgekehrt Das ist mein Goldner Apfel Ey, das ist mein Goldner Apfel Junge, das geht doch her Ich, hallo wir verschwenden damit Zeit Es gibt Danke Gib mal alle Ich hab'n wie ne Legende zur Zeit Ich hab'n wie ne Legende zur Zeit Ich hab'n jetzt immer nur Dias ins Seitebaum gefunden Boah, weh, da ist noch weg drauf, ich krieg'n Raster Ein Raster Ich krieg'n Ast in den Arsch Was? Ja Vielleicht holen wir uns nächste Folge mal dazu Der uns mal irgendwie was Hast du Island? Äh, nein Hast du Ende? Aber wenn mir nur noch ein Sharp ist Du Sharp, äh, 4 fehlt Dann endlich selber Sharp auf dir Ich glaub'n okay Ja Das ist ja auch immer zusammen Ja, dann machst du Schaf 4, ich mach'n Feier 1 Aber vielleicht mach'n ja auch später Schaf 4 dabei sein Ich würd'n sagen Ich würd'n sagen Wir gehen sogar mit mir für die sind direkt nether Ja Oder wir falten Mal gucken Kann man halt drauf an, wenn ich ja Also wir farm Ich hab'n das Gefühl Trotzdem hat irgendwie besser gefahren wie er ist Ja, es geht immer diesen einen Typen Taba Luffy nennt sich der Taba Luffy ist halt, glaub' ich, Solo irgendwie hab' ich das Gefühl Ja, ist halt glaub' ich Oh, keine Ahnung was mit mir drauf passiert ist Ja, gravity und, äh Gravity Aber voll viel Geld Und 5 Hast du Iron jetzt irgendwann? Äh, ich hab'n 6 Iron nochmal gefunden Mehr sogar Kann ich einmal machen Wofür hast du ne Nightgat zu Iron geused? Hä? Gar kein Iron geused, das bricht noch durch Ach Digga Ich hab'n gebraten was Wie soll ich denn jetzt auf einmal gebraten es haben? Ja, ich weiß nicht Vielleicht hast du was übrig oder so Ich hab'n doch gerade meins gedroppt? Ja, nicht los Vorhin Doch, ich hatte vorhin was gedroppt Das hab'n so Ja, ich hab'n so Ja, ich hab'n so zurück dann wird es nicht gewesen sein aber ich kann schon mal ja und die feier soll ich mir wie heim oder so machen ja ja wie viele ich hatte ich habe ja ich weiß nicht nach mir mal die ja schon mal oder warte warte was könnte ich man könnte ich mache ich mache jetzt keine schussbild macht dir auch einmal schuhe würde ich sagen oder ja gut zwei dia boots und eine hose soll das machen ja das können wir kommen her hier aber als erstes ich glaube ich hab doch die grüße verarschen noch mehr als erstes also wir haben echt extrem gut gerade ich nehme ein und immer mit immer weiterhin habe ich erschrocken ich habe mich erschrocken habe ich auch selber angezündet habe ich auch selber angezündet re und so sind in unserem overlay doch die ganze zeit nein die hatten davon anders ich gucke mir nicht glaube bei mir aber komm mal zu mir und wahrscheinlich doch nicht die haben alle so komisches gehen sage ich dir ich habe ich habe eine käfig ich habe eine käfig ich habe eine käfig soll ich alles mitnehmen kann es nur machen rein theoretisch kein infplatz alles voller prot und scharbrot ich habe auch komplett meine bögen dabei ich habe vor allem nichts mitnehmen der entstiegt hier halt ja äh hast du ihn schon abgebaut ja hast du oh dann werfe ich irgendwas weg redstone oder so ja habe ich nicht ich habe nur die useful ah Sticks kann ich wegwerden naa die hole ich hui ja oder du holst halt ich muss den Elber auch noch mitnehmen ich habe auch kein Platz wenn wir von iron sind dann würde ich den Schau fassen oder einfach durch wo ist jetzt die cave bei dir ich habe was gehört in dem Platz na ich weiß nicht hä wo ist man eine sharpbook hin perfekt irgendwie ist meine sharpbook weg und habe dafür dann ähm Prats irgendwie drauf gemacht ich weiß nicht wo ich das finde ich höre die laube nicht mehr an aneke so das mache ich mit 5 level ne ich habe kein Platz hier alles vor der Box alles vor der Box noch einmal dir ist würde ich schon mitnehmen und ich kriege das nächste piece definitiv entweder Chessplate oder doch Helm ja ok ich habe eine Spinne für die Helm ich habe eine Spinne ich habe einen Hunderter ich habe einen Hunderter ich habe einen Hunderter du kannst du trotzdem nicht durch meine verarsche haltHelp reinkommate ich komme halt zu dir mach mal dein Kick ich habe hier nichts mehr. Hä? Wo ist die Kacke? Jetzt ist er wieder hier irgendwo. Du hast doch auch diese Drecksspinne. Ne. Das ist doch irgendwo über mir. Ich brauche mich da gerade hin. Haben sie. Mein Schrift. Was? Ja. Das ist lächerlich, oder? Das ist richtig lächerlich. Achts auf mich. Mit Lavasee und so. Der ist auch eine relativ gute Höhe eigentlich. Also wenn wir jetzt noch Potsdam haben wir gewonnen. Gefühlt. Nicht zu freudig, Kollege. Gefühlt habe ich auch gesagt. Aber die Cave ist gut, Digge. Hier ist auch wieder richtig viel. Hier könnten schon saftige Dias sein. Hast du Öffnung so mitgenommen? Ja. Machen wir mal kurz. Ganz kurz den Spawner. Der Scheiß kostet 11 Level. Nein. Ich dachte schon. Der Scheiß kostet 11 Level. Spire Prop 3 Buch. Ich dachte schon. Bro, mein Scheiß Schub. 3 kostet 11 Level. Hä? Geht doch. Mein Schub 3 Fire 1. Ja. Ja. Ist doch gut. Aber so kostet das. Nein. Dias. 7 Level. Ich hab 3 Dias. 2 Dias? Ja. Okay. Bringt nichts. Abkönnet ihr Mann. Oh Mann. Ich hab immer so Hoffnung. Wie viel Level hast du? 4. Ich hab immer Hoffnung. Abkönnen, den ich in meinen Karten halte. Ich versteh echt nicht, wann ich mit dem Protto zusammen mit dem Schub gemacht hab. Du hast das zusammen gemacht. Du hast halt eingenommen. Ich weiß ja aber nicht warum. Und wann. Vor allem. Aber du hast halt mit drauf gekommen. Genau so. Und was passiert Digga? Weiß ich im Wesen. Was mir auch schon mal passiert. Was mir auch schon mal passiert. Das geht mir grade so oft wie den Nerven. Ich hab so Angst vor meinem Schub 4. Zu machen. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 10. 5. 6. 3. 6. 5. 4. 5. 5. 5. 7. 8. 9. Jetzt haben wir jetzt noch mehr für mich. Doch. Ja, aber zum Glück bin ich hier angekommen. Aha, schütze eigentlich. Alter, dann kriegt nichts. Guck, hast du rumgebaut? Ja, ja, hab ich. Ja, okay. Und das heißt gar nichts. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Das ist gut. Aber trotzdem ganz gute Folge eigentlich. Ja. Wieviel Gold hast du? Ähm, 27 gebaut mit 22 ungebaut. Oh, der ist schluck. Uh, nice. Ah, der ist gebukelt. Ja, dann ist das meine. Äh, ich hoffe, dass du uns noch irgendwie zum Glück hast. Nein, es sind 50 Sekunden. Er sagt mal, braucht es wahrscheinlich. Äh, 580 minus 110. 580 minus 110. 580 minus 110? Ja. Und dann würde ich sagen, das war's das nächste Folge. Wir sehen uns mal wieder. Bis dann. Und ciao. Leute. Bis zum nächsten Mal.